womit habe ich das verdient leute warum warum müssen denen ihre handys mich immer in stress wenn ihr euch jetzt fragt wem sein handy das ist das ist nicht hudas handy das ist sonjas handy wir sind gerade hier und warten auf huder prinzessin und dann gehen wir zu sonja prinzessin sie hat angeblich jemanden hier in offenbach der das handy innerhalb ein tag macht ja dann warten wir mal bis prinzessin auf der erbste hier ist ich hab ich nicht mal richtig fertig gemacht weiß ich meine 18 16 ich bin mir angezogen ich habe ich nicht mal richtig fertig gemacht ich muss mich fertig machen wisst ihr was wir heute essen können ja ich bin wo die letzte tage ist nur da ist so ein mafel schoko mafel mit so sahne drauf das schmeckt richtig brutal leute und das ist warm und drin bei diesem mafel das geschmärzte schokolade aber nicht nur ein bis zwei tropfen da sind fünf sechs troffen liter schokolade mein short brownie ja huda liebt donuts und waffen an alle donut und waffen läden jeder der interesse an irgendwelche kooperation mit huda hat nicht mit mir mit huda meldet euch ihr könnt euch gerne bei mir melden weil ich kläre die ganzen sachen schokolade ich will aber sowieso nie fetter ich esse mir schokolade als ein deutscher die keine schule ausbildung hat die immer zu hause abkackt so ist ich immer schokolade habe ich nie mit ich will nie zu nehmen was würdest du tun wenn du ein tag das andere geschlecht wird das heißt was würdest du tun wenn du ein mann bist erzähl mal schütte es zwei zwei plakas pressen nein ich würde jeder die lager melissa so ich würde jeder durchnehmen ich hoffe meine mutter schütte alle schwingen spielst du so ein arscher na spaß jünger wenn ich ein junger ich hoffe meine mutter ich wäre echt ich wäre echt glücklich so weit ein mädchen ist mädchenleben ist auch langweilig so wirst du gern als typ gewonnen haben die lehre nein ich wäre als mädchen so was gott mir gewinnt aber ich schick mein leben ich will junge sein du wohnst gar nicht schuld ich geb dir auch ich wollte genau wochen habe ich sie machen und mit ihr bauchnabelfeßig stechen lassen ja mann bitte fahrer bitte 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 wala ich glaube ich lasse ruder ein bauch facing stechen wala 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 bitte klar ich bin du ein bisschen schein schababa bauch und es passt zu mir guck mal wenn er kommt ich bin ich auch ich schürf meine mutter ich höre guck mal stehe jedes mal früh auf zehn uhr ich habe mein tag ist abläuft du reparierst hände der hunde ja wenn die brauche ich ja bruder aber jetzt wir machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir machen zusammen wir machen ein aber wir sagen wir sagen ja komm wir geben hier deinem diese gell ja diese entschuldigung ich brauche das hände heute sonja 25 hände das ist von diese monaten über zwei monate ungefähr sechste siebte ich bin der kälte leute ich schlur und ich kann nicht mal schmecken leute also gestern ich hoffe meine mutter ich kann schmeckt aber gestern schafft ist normal nase zu mutter haltschmerzen man schmeckt nix ich hab kein corona für was stehen wir jetzt ich weiß mich fett dahin war können wir gehen oder wie lange brauchst du für diese handy das maschine maschine so leute wir haben jetzt hier ein kleines ganz kleines musikduell so ich sing erst mal auf furcht bestellt ich hoffe meine mutter versuchme bulamadın 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 die denkt die macht es an HERE omena hem de um hem de hem bun MPH im y 1 de ex prere krass den Richtig Baba, der hat Baba Stimme, also der soll mal singen, so passt es. Er singt Rap? Nein, Rappen nicht, es kommt noch, Leute wartet ab, ich sag nur wartet ab. Freust du dich? Nein, was heißt Freude? Alle. Also so, ich freu mich, ja, so, normal, ich hab mein Handy wieder, ich packe ab seit 5 Tagen zuhause mein Vaters Handy. Sonja, viele fragen, ob du Extensions kriegst. Nein, ich wollte meine Haare ziehen, da kommt vorbei und da könnt ihr gucken, es sind keine Extensions. Schlaf mal deine Haare. Ja, es sind keine, guck, hier, hier hab ich hier irgendwas, irgendwas, hier, ich zieh, zieh was. Ich hasse, wenn Leute sagen, es ist Extensions. Und du? Das sind echte Haare. Bei mir ist Perücke. Ja. Hahaha. Halt die Fressen bitte, ist peinlich. Eine sehr kurze Oralein, wenn du deinem sociales hättest, was wirklich passiert ist. Nein. Die Stimme ist voll. Das ist ja es nur sehr kurze Oralein, ich Pode welchen. Die Stimme ist voll. Hast du dich diskutiert? Du hast ja eine Ecke. Meine Unterschrift ist Nakuna. Na, was machst du denn jetzt? Erzähl erst mal. Ich gebe denen eine Unterschrift für meine Kollegen. Soll ich Wuder schreiben oder babalocken? Kann man nicht, ist egal, ich mache einfach Unterschriften. Ja genau. Sag mal. Sag mal. Simon. Boah, wey yo. Danke. Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang das andere Geschlecht wirst? Also ein Mann. Boah, ich würde krass verflachen. Ich würde die durch... Warum sagt ihr das? Ja, weil die Jungs würden auch... Ich grüße die Schlampe aus. Wie spielst du eine? Ich würde in die Spielhalle gehen und ausgeben zu seinem Vater. Ich würde mit meinen Jungs... Ihr wisst, was Jungs jeden Tag machen. Sachen pressen und so. Ich gehöre nicht zu der Kamera, Leute. Ich bin ein B****. Guck mal, ich habe jetzt eine Frage an dich. Was würdest du machen, wenn du ein Mädchen wärst? Ich würde gucken, wie es ist, Fame zu haben. Also wie das von Mädchenseite ist, wenn ich so reizende Fotos posten würde. Ach so. Weil ich finde, meiner Meinung nach ist es viel leichter bekannt zu werden, wenn man ein Mädchen ist. Man kann auch viel durch... Das ist immer Plan B bei uns Mädels. Und ich würde es niemals machen, wenn ich wirklich nichts mehr Wahl habe. Ich hoffe, meine Mutter... Ich gehe... Ich gehe schwarz arbeiten. Wala, bitte komm, wir warten. Wie viel rauchst du am Tag? Eine Schachtel? Guck mal, ich rauche jetzt so viele Leute, dass ich sogar mir dieses Stoffding da... Ich habe mir diese für 30er dieses Ding da genommen. Ja. Ich stoff wenigstens am Tag, wenn du Aschenmecher... Von dieser Maschine. Ich lehre... Ja, ich lehre das immer aus. Aber immer abends... Das ist voll. Da sind... Zwei, drei Päckchen am Tag. Was redest du? Bin ich Junkie geworden? Zwei... So ein 8er Päckchen. Und du? Drei Packungen am Tag. Die Lunge ist schuldig. Ein paar Katz. Katz. Hier. Jetzt schluck. Was suchst du? Etel Passwort. Kleiner Schmuck. Aber ich bin Fuchs, ne? Der ist schlau. Ja, Spaß, Bruder, alle. Ja, gib mir. Wir haben dich Hubs genommen, alle. Ah, nein. Der sagt zu den Jungs, wo bist du Zähne? Nur mal! Ja, Leute, ich hab jetzt mein Handy, aber ich hab ein Problem. Ich hab meine SIM-Karte... Ja, aber ich hab... Ich weiß mein E-Cloud-Passwort nicht. Ich komm da nicht rein. Auf jeden Fall, ich muss nach Hause in Ruhe überlegen, was das war. Wala. Wenn nicht, ich hab kein TikTok mehr. Nix. Mein Snap ist irgendwie... Bist du die Handy-Nummer da angemeldet? Inshallah, ja. Ich weiß nicht. Der E-Mail ist doch egal. E-Mail. Aber ey, Passwort weiß ich nicht. Leute, ich hab ein Baba-Parfüm. Muss man einfach auf Fresse. Und danach habt ihr Baba so Flex-Mex und so. Wala. Danach habt ihr Glower. Automatisch. Inshallah. Was machst du auf dem Boden? Ich will runter, warte bis die neben mir steht. Kannst du erzählen was passiert ist? Die haben safe gegessen. Kannst du erzählen, was passiert ist? Ulla, komm, hau mich. Ich höre immer einen Klatscher. Ich hoffe, meine Mutter bellet. Ah, mein Bein. Ich habe meine Knochen innen gebrochen. Das Handy ist bestimmt wieder kaputt, oder? Damen und Herren, was ist gerade passiert? Können Sie uns erklären? Actionfilm. Immer dasselbe. Wir wollen ein bisschen Spaß machen, aber das endet immer. Ah, kaut mit denen. Wie, wie, wie? Wir fangen immer mit Spaß an. Du hässisches Kind, nicht? Ey, Sonja, guck mal, ob dein Handy wieder kaputt ist. Hör mal aus, ich höre. Nein. Ich packe es sein, Walla. Ich sehe, ich guck mal. Ey, Huda, spring mal da rein. Komm. Wenn ich springe, was gibts zu mir? Gar nichts. Ein Backpfeife. Ja. Avala, mein Hand. Guck mal, rot wie scheiße. Schrotte Hände, genau wie du. Schrotte Hände. Du bist Schrotthände. Du bist Schrott. Du kannst keinen deutschen Säloch nicht. Alter, deine Ver... Du sagst, ich halte die Fresse. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich schwöre auf meine Mutter. Nomad. Tipps vor vier Zeichen. Warum schmeißt du dann? Dein Müll da. Wir haben Müllheime. Hier ist Deutschland. Hier ist Fisch. Dein Landwirt oder was? Steig mal. Ich schlappe nach. Ich schlappe nach. Ich habe mir zwei Kilo zugenommen. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Man kann es zunehmen, wenn man nichts isst. Man muss jede zwei Stunden was essen. Was Kleines. Und das, was Fatima, was sie im Story sieht. Diese Haferflocken mit Erdbeeren und Dressing. Wala, ich will das auch machen. Ich glaube, dadurch nimmt man auch zu, gell? Vitamin. Diese, was du gesagt hast. Diese Haferflocken, was du mir riefst. Oder diese Baby essen, diese Pulver. Zuerk. Wirst du mich verarschen? Wirst du mich verarschen? Wirst du mich verarschen oder was? Wirst du mich verarschen oder was? Wirst du mich verarschen oder was? Wirst du mich verarschen? Wirst du mich verarschen? Ich bin jetzt auch auf Youtube. Seid ihr mal nicht? Können wir bestellen? Ja. Ja? Ja. Ja? Dieses Top-Angebot habt ihr, gell? 25 hat ihn. Das ist der Name. Ey, waaah. Ja. Ja. Doch, ist da nicht drin. Habt ihr Käsesolze? Hä? Käse. Zweimal groß. Zweimal groß. Zweimal, ne? Zwei große Käsesolze. Große Käsesolze? Zweimal. Okay. Und eine Strasburger oder wie das heißt? Crunchburger. Crunchburger. Einmal oder zwei? Einmal. Einmal, okay? Mit gutem Käse. Habt ihr diese Ding, diese Pommes und Käse? Chili Cheese Pommes. Ja, das einmal. Einmal. Ja. Das war's. Ja, lacht welcher H*** ruf mich ganze Zeit an? Von meinem Vater, der ins Handy ist. Ich hab ne Idee, wer anrufen könnte. Wer denn? Vielleicht dein Onkel. Nee. Okay. Wo ist die Pfippe? Hier. Hier. Ja, Mann. Ich will nicht. Ich will nicht. Das soll Baba schmecken. Miese. Werbung. Das schmeckt einfach geil, diese Käse. Das gibt's nicht überall. Das ist Baba Käsesolze. Nein. Willst du dick werden? Nein. Nein. Eine Fettzeit? Nein. Ich brauche ein bisschen den Arsch mehr nicht. Was ist das? Käsesolze. Käsesolze. 5. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020